Rirarungel im Hühnerarsch ist dunkel. Ei, Kappelutti, du alter Klugscheißer. Sag mal, machst du als noch deinen täglichen Kurs mit dem Michi? Also, jetzt mal aufgepasst, ich mach nämlich auch einen Sprachkurs. Und zwar mit dem Abraco. Herr Roberto, die Gerbel machte mit mir eine Sprachkurs. Da bin ich so gespannt wie ein Flitzerbogen. Und weißt du, was für eine Sprache wir heute lernen? Das weiß ich noch nicht. Achtung, wir lernen Aurewellerisch. Was lernen wir? Aurewellerisch. Was ist so Aurewellerisch? Aurewellerisch, das ist die Sprache, die man im Odenwald spricht. In den Odenwalden? Genau, du weißt doch, wo der Odenwald ist, oder? Aber die Odenwalde gehörte doch zu Deutschland. Warum spresse ich die dann wie eine besoffene Eskimo? O Aschloch, die schwäzen Odenwelder Dialekt und das ist Aurewellerisch. Das ist ohne Glauben, Lisa. Jetzt guck mal her, guck mal. Und jetzt sag mal Aurewellerisch. 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 Was ist das, ein Bären in die Halle? Hallebein, das sind Heidelbären. Achtung, aber jetzt wird es ganz schwer. Achtung, was heißt das hier? Das ist doch kein deutsches Wort. Doch, das heißt Wauerrautsnaul. Wauerrautsnaul? Wauerrautsnaul, das ist ein Wagenratsnagel. Ein Nagel in einem Wagenrad. Lege mich deine Arse mit deiner Ohrenwälde reisenden Sprachenkursen. Ja, aber auch so, deutsche Sprachen, schwere Sprachen. Du Arschloch, du blödes Arschloch. Arschloch heißt auf Ohrenwälderisch, aber Arschloch. Mit O, verstehst du? O, wie O meiessen. Arschloch!